Die unfertige Seite des Manuskripts war noch in der Schreibmaschine im Arbeitszimmer der Hütte. Wenn ich zurückkehren und sie lesen konnte, konnte ich mein eigenes Ende schreiben und Alice retten. Nicht getroffen, schade. Die Brücke überqueren. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig. Wow. Ein bisschen erschrocken habe ich mich halt nur ein bisschen. Weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Okay, die Brücke dreht sich. Sehr schön. Ne, ne? Alter, wo ist mein Scheiß hier? Jo, es bewegt dich. Okay. Och, ne. Was hat bloß, der bewegt sich jetzt. Jo, 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 jo. Immer locker bleiben. Was ist denn los? Okay. Da würde ich jetzt nicht verpassen. Okay. Geschafft. Wir sind drüben. Und jetzt gucken wir jetzt mal. Und jetzt gucken wir jetzt mal. Die philosophischen Gedanken sind immer abstrakt. Und dort finden wir einige Beweise über das Wesen unserer Existenz. Alright. Und dann sehen wir jetzt mal. Und jetzt ist meine neue Beweise. Und jetzt haben wir halt noch einen Neid. Und heute Abend. Und da gibt es noch eine Kreativität. Hallo Martha, was wolltest du mir zeigen? Olivia, wie gut, dass du da bist. Bitte, es ist im Keller. Oh Martha, oh das ist fantastisch. Ja, nicht wahr? Ich habe es heute Morgen entdeckt. Als ob es nicht da wäre. Aber, oh, ich kann es nicht anziehen. Ja, äh, das tut mir leid. Oh, wer, äh, äh, wo kommen Sie denn her? Nun, ich versuche zu arbeiten. Haben Sie das hergebracht? So ähnlich. Eigentlich habe ich alles hergebracht, bis auf das. Wirklich? Aber was ist das? Oh, man könnte es wohl ein Loch nennen. Tatsächlich ist es ein Fehl. Ein Fehl von Realität. In Marthas Keller? Ja, dabei lief es so gut, ja. Ich erfand zwei alte Damen und packte etwas echt Seltsames in den Keller. Ein toller Anfang. Aber jetzt bin ich völlig blockiert. Weiß nicht mehr, was ich wollte. Na, das hier ist doch ein ganz normaler Keller. Wirklich? Warum ist dann Ihre Freundin hier? Ah, äh, ich weiß nicht. Na gut. Können Sie es nicht ignorieren? Oh nein, das geht nicht. Es kann so eine Erhandlungslücke werden. Könnte schon eine sein. Es könnte alles zerstören. Oh je. Okay, wird nichts von dem Boot. Aber ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Und Sie helfen mir nicht. Bringen Sie doch oben eine Tasse Kaffee, während ich überlege, wie es weitergeht. Tja, wenn Sie meinen. Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Ist das Schwachsinn? Ist das Schwachsinn? Oder nicht? Wer weiß. Es liegt nur wenig zwischen Dummheit und Gartenheit. Nein, das ist total los. Alter, diese... Nightsprings-Fogen sind nicht... krank. Okay. Ich hab dir irgendwie so ein Psycho geschrieben. Cool, 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 cool. Das ist schön. Oho. Nein. Halt, stopp. Stirb. Stirb. Ich war ganz knapp gestorben. Aber ganz knapp. Hey, fliegst du hin? Okay. Stirb. 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 Ups. Okay. Was ist denn los hier? So, wir sind gleich am Kraftwerk. Wow. Psycho. Sie sind zurück. Hey, wir können nicht hier bleiben. Nein, da. Wo sind Sie, als werden Sie den Freunden killen? Die Vögel. Alfred Hitchcocks. Die Vögel. Ja, ist klar. Macht mich ruhig kaputt hier. Elende Penner hier. Saftvögel hier. Tricking. So. Meine Güte. Mal verschnaufen. Und weiter geht's. Feuer. Okay. Limit erreicht. Gut. Wir sind ja fast am Kraftwerk. Das müssen wir noch den Eingang finden. Ja. Ist doch okay hier. Wie Elende mal durchdreht. Zack. Sie schlagen nämlich eigentlich immer. wieder weg. Schlimmer als so ein Zombie. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Ja, da. Das Licht. Wisst ihr, was ich... Nur weil diese wunten Kisten waren. War doch dieses Zeichen. Safe Heaven. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind am Kraftwerk angekommen. Keinen Schritt weiter. Miss Weaver. Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es. Sie kannten Zane. Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Ja. Ich bin ein Freund.